Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monstrum. Und heute mal etwas Spezielleres und zwar werde ich heute mal so ein bisschen drauf eingehen, warum ich etwas mache, wie ich etwas mache und was so mein Gedankengang dahinter ist. Denn ich wurde jetzt schon häufiger gefragt, so von wegen, ja kannst du mal so ein Tipps- und Tricks-Videos machen? Tipps- und Tricks-Video machen? Und ich hatte ja vor generell so ein Monstrum-Guide zu machen, der wird aber noch eine Weile dauern, weil da möchte ich mir halt richtig schön viel Mühe geben, damit ich dann schön auf alles eingehen kann, damit man alles versteht. Das heißt, es gibt jetzt davor nochmal hier ein kleines Video, wo ich sozusagen einfach mal meinen Run so ein bisschen kommentieren werde. Und ich sollte aufhören die ganze Zeit die Taschenabber an und auszubauen, weil das wird nervig. Los geht's. So, ich bin unten gespawnt, das heißt, ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich hier diese Ebene direkt absuchen kann. Denn am Anfang haben wir immer ein bisschen Zeit, wo das Monster noch nicht reingespawnt ist. Es sei denn, wir haben einen Hunter. Kurze Sache zu den Monstern, wir haben drei Random Monster, das heißt, es kann ein Hunter sein, es kann aber auch kein Hunter sein. Es können zwei Brutes sein, es können drei Brutes sein, es können Fiends sein, ich weiß es nicht genau. So, genau, ihr seht schon, ich bin hier gerade einfach am Absuchen der Räume und währenddessen die Schränke mache ich hier immer auf. Das ist einfach zur Sicherheit, falls ich jetzt doch dann, warum auch immer, dann irgendwann hier fliehen muss. Dann habe ich sozusagen eine Möglichkeit, mich halt schnell zu verstecken. Und das macht man am besten halt schon im Vorhinein. Am besten einfach, wenn ihr in den Raum reinkommt, direkt irgendeine Tür aufmachen. Ich mache mir meistens immer die schnellste Tür auf. Oder halt die, die halt am besten ist. Manchmal hat man ja die Möglichkeit zwischen gewissen Sachen. Das kommt aber immer drauf an. Hier kleine Sache, ihr könnt immer so ein bisschen reingucken. Wenn ihr so ein bisschen leuchtet, seht ihr teilweise das Item da hinten auch so ein bisschen aufleuchten. Bei mir ist das jetzt ein Bolzenschneider. Kann ich mir merken, okay, Bolzenschneider auf Ebene 2. Da verschwende ich jetzt aber keine Fuse, also keine Sicherung. Einfach, weil es kann sein, dass wir den Bolzenschneider auch so finden. Oder dass wir ihn gar nicht benötigen werden. Hier das Gas auf Ebene 2 mache ich mal kurz aus. Und dann würde ich sagen, würde ich direkt nach diesem Raum hier auch mal nach oben gehen. Oh, das sieht sehr schön aus. Wir haben schon zwei Sachen für das U-Boot. Und die werde ich mir mal ganz kurz unten hier hinlegen. Denn ganz unten hier auf dieser Ebene ist das U-Boot. Wie man sich genau, ich sag mal, zurechtfindet, das werde ich auch nochmal in einem separaten Video sagen, beziehungsweise zeigen. Ich werde heute aber auch ein bisschen darauf eingehen, wie man sich zum Beispiel in den Cargo-Holds ganz gut umsehen kann. Wir haben schon einen Hunter. Das ist blöd. Okay, alles klar. Schade. Mein Hassmonster. Na gut, okay. Ähm, generell was die Navigation angeht, ist es natürlich am Anfang immer ein bisschen schwierig, sich zurechtzufinden. Ähm, ich werde aber, wie gesagt, wie eben gerade gesagt, auch ein bisschen darauf eingehen, wie man sich so ein bisschen zurechtfindet. Vor allem, wenn man in den unteren Ebenen ist. Ähm, was ihr euch aber merken könnt hier. Das hier ist alles Deck 5. Ähm, das heißt, es geht noch weitere vier Ebenen sozusagen nach unten. Beziehungsweise eigentlich sogar noch weiter. Denn es gibt ja auch noch den Engine Room. Den werden wir aber heute wahrscheinlich nicht machen. Weil der Engine Room ist... So ein bisschen komplizierter, beziehungsweise sich da zurechtzufinden. Ähm, ja. Das werde ich wahrscheinlich heute nicht alles schaffen. Ihr werdet es wahrscheinlich so schon merken. Ich habe jetzt schon ein paar Probleme, weil ich bin ja eigentlich doch relativ schnell immer unterwegs. Und so schnell kann ich gar nicht sprechen. Ähm, ansonsten würdet ihr wahrscheinlich sowieso nicht alles verstehen. Ähm, wir sind jetzt auf jeden Fall auf Deck 7. Ich bin jetzt zwei Ebenen nach oben gegangen. Hier ist immer das Main Deck. Das spawnt immer an derselben Stelle. Ähm, hier ist immer das Live Raft. Generell die drei Fluchtmöglichkeiten sind immer an denselben Stellen. Da können wir jetzt direkt mal das Klebeband einsetzen. Und wir können die Kette einsetzen. Genau. Und das hier mache ich auch einfach mal schon, ähm, sicherheitshalber mal auf. Und hier die zwei Benzinkanister. Die kann ich gerne mitnehmen. Äh, hier spawnen generell häufig Items. Das meistens dann hier drinnen oder hier drauf oder hier kann was liegen. Äh, hier kann was sein. Es kommt immer darauf an. Da müsst ihr einfach mal selbst ein bisschen schauen, was dann bei euch so gespawnt ist. Ich würde jetzt ganz gerne auch nochmal schauen, was für ein Monster sonst noch bei mir gespawnt ist. Das ist ein Brood. Das ist sehr schön. Okay. Ähm, das freut mich. Ich gucke mal kurz. Ein Brood. Ich habe nichts weiteres gesehen. Ich würde mal davon ausgehen, zwei Hunter, ein Brood. Äh, können wir gleich eigentlich mal testen. So. Jetzt mache ich es auch so. Ich werde mir die zwei Benzinkanister einfach mal hier beim Helikopter ablagern. Weil da brauchen wir die wahrscheinlich. Ähm, einfach damit ich Inventarplatz habe. Ich habe noch keinen Rucksack oder sowas gefunden. Das heißt, wir haben immer noch nur die normalen sechs Slots. Ähm, und die möchte ich mir halt frei haben. Äh, falls ich dann doch irgendwie noch weitere Items oder sowas finde. Deck zwei hatte ich schon abgesucht. Das heißt, wir gehen mal ganz nach unten. Und werden hier mal schauen. Was haben wir denn hier? Die Schlüssel. Alles klar. Sehr schön. Merke ich mir. Deck eins Schlüssel. Eine weitere Sicherung. Wir machen die Tür auf. So. Kleiner Tipp bei Hunter. Jedes Mal, wenn ihr in einen Raum geht, gibt es eine Chance, dass Eier spawnen. Je nachdem, wie lange ihr dem Hunter schon nicht begegnet seid. Wir sind Hunter jetzt schon gar nicht begegnet. Das heißt, wenn ich hier in den Raum gehe, kann es sein, dass wenn wir jetzt wieder rausgehen, dass hier irgendwo Eier sind. Und haben wir jetzt gerade noch Glück? Ich denke mal, wir sind immer noch so ein bisschen in so einer Grace Period, beziehungsweise so einer Anfangsphase. Oh Gott. Das hat mich erschrocken. Das war aber nur ein Hintergrundgeräusch, Nebengeräusch. Aber ja, das Ding ist, man kann auch an den Sounds so ein bisschen hören, ob der Hunter vorhat, demnächst rauszukommen oder nicht. Das Problem daran ist, ich kann, wenn ich das Geräusch höre, euch mal so ein bisschen darauf hinweisen. Aber ansonsten, das wird alles dann in dem, ich sag mal, aufwendigeren Guide dann nochmal besprochen. Da werde ich dann auch auf die ganzen Sounds und so weiter eingehen. Ähm, hier geht's nach oben. Möchte ich da nach oben? Ich hab da jetzt gerade nichts gesehen oder so. Ne, hier ist gar nichts. Cool, okay. Ähm, ja, geh ich dann jetzt direkt auf die Cargo Holes ein? Ich glaube, ich ja. Ja, ich kann mal kurz auf die Cargo Holes eingehen. Also, wir waren nämlich gerade auf der untersten Ebene. Die Cargo Holes sind miteinander verbunden. Aber das Problem ist, wir haben sozusagen mehrere Ebenen. Da ist, glaube ich, ein... Ne, da sind noch gar keine Eier. Sehr schön. Aber hier werden Eier sein, ne? Ja. Ja. Da wird mindestens einer rauskommen, wenn ich da jetzt entlanggehe, oder? Hier geht's aber durch. Es kann halt immer noch ein Fiend sein. Dann hätten wir alle drei Monster. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, wir haben... Ein Blut über uns. Cool. So, ich mach hier mal kurz auch raus. Ähm, wir haben ja hier eine Tür und wir haben hier eine Tür. So, wenn wir hier jetzt hochgehen würden, zwei Ebenen, dann würden wir sozusagen auf die andere Seite des Schiffes kommen. Wenn wir da hinten hochgehen würden, natürlich nicht, weil das da noch nicht verbunden ist. Ähm, wie ich mir das immer merke, ich merke mir ungefähr, auf welcher Ebene ich bin. Ich bin jetzt gerade sozusagen auf Deck 1 und weiß zum Beispiel, okay, ich möchte zum U-Boot, so. Dann würde ich jetzt einfach hier zurückgehen. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich möchte jetzt zum Crew Deck, weil da hinten ein Crew kommt. Ähm, das hat jetzt super gepasst. Dann gehe ich hier eine Ebene hoch, weiß jetzt, okay, ich bin auf Deck 2. Weiß, okay, hier komme ich aber nur zurück. So, wenn ich hier mal die Tür öffnen würde. Muss ich ein bisschen schneller machen. Da geht nur wieder zurück. Wenn ich jetzt noch eine Ebene nach oben gehe, weiß ich, okay, ich bin jetzt auf Ebene 3. Und weiß, okay, hier komme ich jetzt in die andere Richtung. Falls ihr euch erinnert, da ging es in diese Richtung. Jetzt können wir sozusagen wieder aufs Crew Deck. Das ist aber alles so ein bisschen... Sozusagen, ihr müsst euch einfach merken, auf welcher Ebene ihr seid, damit ihr wisst, wo ihr langkommt und wo ihr ungefähr seid. Seid ihr auf Crew Deck gerade von Ebene 3 gekommen und seid hier zum Beispiel reingegangen, könnt ihr hier erstmal nur weiterhin zum Crew Deck kommen. Das ist halt alles immer so ein bisschen schwierig. Da unten sind auch nochmal Eier drin. Ich weiß gar nicht, ob er da rauskommen kann oder könnte. Ja, ich hoffe mal, das war jetzt einigermaßen verständlich. Es ist aber dann doch noch ein bisschen schwierig. Das müsst ihr so ein bisschen für euch ausprobieren. Wisst ihr was? Wir probieren das mal aus. Komm gar nicht raus, okay. Das verwundert mich jetzt. Generell sind die Hunter noch irgendwie so überhaupt nicht aktiv, was mich so ein bisschen verwundert. Aber okay, ich mache dasselbe nochmal. Ich werde jetzt nochmal das Radio benutzen. Und zwar bei Hunter mache ich das sehr gerne. Ich benutze einfach das Radio, damit ich weiß, dass sie rausgekommen sind und weiß, wo sie sind. Jetzt hat man gerade gehört, Hunter ist rausgekommen. Wir wissen, okay, Hunter ist draußen. Das heißt, wir können jetzt erstmal dann zu einer anderen Ebene gehen. Zum Beispiel hier in den Security Raum. Und da können wir jetzt so ein bisschen absuchen. Ein bisschen schauen, was hier so ist. Und wissen, okay, er ist gerade draußen. Wir müssen natürlich aufpassen. Es kann natürlich sein, dass er hier hinläuft. Ja, da müssen wir jetzt ein ganz kleines bisschen aufpassen. Aber ansonsten ist das sozusagen eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um halt diese Hinterhalte zu counteren. Einfach weil, wenn man ihn halt gezielt rausholt, weiß man, okay, alles klar, er ist gerade draußen gewesen. Das heißt, die Chance, dass er wieder rauskommt, ist ein bisschen geringer. Oh, da ist er. So, dann haben wir noch den Boot. Ich sehe halt wirklich kein anderes Monster. Ich denke mal wirklich, dass es ein zweiter, ein zweiter Hunter ist. Ein weiterer Boot würde ich jetzt nicht denken, dass es das ist. Fiend flackern oder so habe ich auch noch nicht gesehen. Von daher, ich würde mal denken, es ist ein zweiter Hunter. So, und dann rennen wir einfach mal weg. Und jetzt sollten wir eigentlich auf der richtigen, auf der sicheren Seite sein. So, genau. Hier war ich, glaube ich, schon überall. Genau, hier bin ich, nee, hier bin ich nicht gespawnt, aber hier war ich schon. Das heißt, das Problem jetzt ist sozusagen, wir haben die eine Seite komplett abgearbeitet. Wir haben Deck 3, 2 und 1, haben wir komplett abgesucht. Das heißt, eigentlich jedes Mal, wenn wir jetzt hier hingehen, haben wir halt nichts zu tun. Ich könnte jetzt natürlich hier die Sachen vom U-Boot einsetzen. Hoffen wir, dass der Hunter hier nicht rauskommt, denn hier müssen wir immer auch noch ein bisschen aufpassen. Hunter kann natürlich hier, hier und da hinten rauskommen. Das ist normalerweise angedacht, dass er da nur rauskommt, wenn die U-Boot-Sequenz gelauncht wird. Also wenn man dann versucht, mit dem U-Boot zu entkommen. Er kann aber da vorher auch schon rauskommen. Und da gibt es leider auch hin und wieder ein paar Bugs, dass man das nicht mal richtig sieht. Da muss man dann immer ein bisschen aufpassen. Ja, nur so ein kleiner Nebengedanke. Aber normalerweise kann man das eigentlich relativ sicher machen. Wir haben doch ein Fiend. Iuiui, okay. Das heißt, jedes Mal uns da einmachen. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass mir jetzt hier keiner den Weg abschneidet. Weil Blut war ja auch irgendwo noch hier unten. Aber wir sollten eigentlich auf der sicheren Seite sein. Sagte er und rennt wahrscheinlich in sein Verderben. Mal sehen, mal sehen. So, ich höre leider gerade recht wenig. Dadurch, dass Fiends Musik immer so laut ist. So, für diejenigen, die sich jetzt gemerkt haben, wo wir gerade sind. Richtig, wir sind auf Ebene 3. Auf Ebene 3 kann man auch immer sehen, hier geht es sozusagen den langen Gang entlang. Da geht es wieder zu den Cargo Holes. Und dann geht es nochmal hier entlang. Da geht es zum Engine Room. Der Engine Room ist sozusagen immer hinter den Treppen. Das heißt, wenn man mal die Treppen bei der Crew-Seite runter geht. Hier. Hier sieht man dann auch Deck 3. Hier kommt man runter. Wenn man hier jetzt straight runter gekommen ist. Geradeaus sind die Cargo Holes. Hier sieht man das auch nochmal schön auf der Map. So, wenn man dann aber in die andere Richtung geht. Wir erinnern uns hier entlang. Wenn man nach hier geht, geht es zum Engine Room. Kurze, kleine sozusagen Erinnerung, wo man da halt hinkommt. Aber das kommt natürlich auch immer darauf an. So, ich werde jetzt hier einfach mal eine Sicherung reinmachen. Weil ich möchte sozusagen nicht stuck sein im Engine Room. mit drei Monstern. Vor allem nicht, wenn wir halt einen Hunter haben. Weil Hunter, Engine Room ist immer sehr gefährlich. Weil Hunter kann hier rauskommen. Hunter kann... Haben wir noch mehr? Okay, hier kann er zum Glück nicht rauskommen. Der kann aber hier halt sehr, sehr schön und schnell aus diesen Pipes rauskommen. Da muss man immer so ein ganz kleines bisschen aufpassen. Aber ansonsten sollte es eigentlich gehen. Eine weitere Sicherung. Sehr schön. Ein bisschen gucken. Er hat noch keine Blasen gemacht. Da kann er halt leider rauskommen. Er kann hier rauskommen. Da kann er rauskommen. Da kann er rauskommen. Da kann er rauskommen. Es ist halt... Man muss halt wirklich aufpassen. Weil, ähm... Ja, Hunter und Engine Room ist halt wirklich eigentlich das... Das größte Problem. Kann noch mal kurz gucken. Er hat noch keine Eier aufgesetzt. Hier haben wir leider auch nichts. Was Item Locations und so weiter angeht, werde ich wahrscheinlich das Ganze dann auch in dem, ich sag mal, größeren Guide dann ansprechen. Ja, weil das ist halt echt ein größeres Thema. Da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht, äh, ja, nicht viel zu sagen können. Einfach, weil das halt wirklich eine Menge ist. Weil Items können halt wirklich sehr, sehr vielschichtig spawnen. Das brauche ich eigentlich auch gar nicht. Oh. Das hat mich doch ein bisschen mehr erschreckt, als ich eigentlich geplant habe. Oh Gott, oh Gott. So. Ein Glück ist gut. Auch relativ langsam. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Wir haben ja noch ein Brut. Ja, wie man die Tür kaputt gemacht hat. So, okay. Ähm, Engine Room haben wir jetzt abgesucht. Engine Room war leider nicht so viel da. Und ich habe gerade relativ viel in meinen Taschen. Das werde ich alles mal hier auf Deck 7 ablagen. Ablagen, ja. Ablegen. Meine Taschenlampe ist sowieso ein bisschen alle. Nehmen wir einfach mal den Glowstick. Oder wir nehmen die Taschenlampe und suchen dann jetzt nochmal die Brücke ab. Die Brücke ist immer auf Deck 8 sozusagen. Immer über dem, ähm, ja, über dem Main Deck. Und könnt ihr euch auch merken, es ist eigentlich immer an derselben Stelle. Also immer eins nach oben. Und dann, genau, da haben wir jetzt Eier. Das ist nicht so schön. Da haben wir jetzt keine Eier mehr. Das ist schön. Ach Gottchen. Oh Gott, oh Gott. Meine Güte, dass ich mich da aber auch immer so erschrecke. Ach Gott, ich mag Hunter einfach nicht. Ich mag Hunter einfach nicht. Ich muss es zugeben, so. Also egal wie, er, er bekommt mich trotzdem immer noch. Ja. Gucken wir mal kurz. Da hinten ist der Blut. Genau, ähm, was ich hier gerade immer mache, für diejenigen, die ich es noch nicht gesehen habe, aber, äh, ich mache das ja meistens in sehr, sehr vielen von meinen Videos, ähm, es gibt einen Bug, dass man einfach mehrmals in der Luft springen kann. Also es gibt einen Cooldown auf den Sprung, aber, ähm, ja, man kann mehr oder weniger mehrmals in der Luft springen und dadurch kann man den Fall so ein bisschen abfedern. Und dadurch stirbt man auch nicht durch den Fall. Und, äh, das mache ich immer so ein bisschen, einfach um zu schauen, wo gerade so die Monster sind und, äh, ja, um halt schnell nach unten zu kommen. Ähm, man kann es jetzt ein bisschen Cheating nennen. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, es ist auch so ein bisschen so ein, so ein, naja, kleiner Trick, den man halt macht. Aber, ja. So, ich bin jetzt gerade mal in den Cargo-Holz, denn wir sind noch auf der Suche nach der Pumpe, denn die Pumpe ist nicht auf Deck 7 gespawnt. Ähm, und den Bootlichtern. Und wir bräuchten immer noch den Bolzenschneider. Aber den Bolzenschneider wissen wir ja, wo der Bolzenschneider ist. Der ist auf Ebene 1, nee, 2, 2 war er. Ähm, ich wollte aber trotzdem mal schauen, dass ich das Item so finde. Es sieht aber eigentlich aktuell gerade nicht so gut danach aus. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich den Bolzenschneider dann doch, ähm, aus dem Powerlock-Room holen und dafür eine Sicherung verwenden. Da haben wir einen Fiend. Jetzt ist die Frage, wo kommt der? Können wir kurz mal warten, so sehen wir ja beides. Da oben ist er. Ah, jetzt sind wir aber trotzdem noch auf der falschen Seite. Ich denke mal, ich bin mir gerade nicht sicher, wir sind auf Deck 2. Doch, wir sind auf Deck 2. Genau. Da ist ein Blut. Ich möchte jetzt aber nicht gecornert werden von Fiend. Von daher werde ich jetzt einfach mal hier entlang rennen. Ihr habt jetzt gerade schon gesehen. Ich war jetzt gerade ein bisschen sehr riskant unterwegs. Ich wollte aber, wie gesagt, nicht gecornert werden von Fiend. Weil ich weiß, Fiend kommt irgendwo hinter mir. Ich weiß, Blut ist vor mir. Und in den Cargo-Holz ist es dann immer ein bisschen schwierig, da wegzukommen. Von daher lieber dann wissen, okay, wo ist Blut? Und dann noch probieren, da schnell wegzukommen, als dass man dann sozusagen gecornert wird. Kann ich nur als kleinen Tipp sozusagen geben. War jetzt aber natürlich trotzdem riskant. Das heißt, es gäbe natürlich bessere Möglichkeiten, das Ganze zu lösen. Ja, aber in der Situation habe ich mich jetzt dazu entschlossen. Man kann sich aber natürlich zu anderem entscheiden. Je nachdem, wie man das selbst präferiert. Man kann natürlich auch probieren, sich erstmal zu verstecken. Ist aber natürlich etwas schwierig, vor allem, wenn man in den Cargo-Holz ist. Das war ja jetzt eigentlich nicht geplant. Ach Gott, wo ist der jetzt rausgekommen? Bitte nicht hier. Der ist oben rausgekommen. Ist ja noch schlimmer. Na gut, okay. Ihr habt jetzt gerade gesehen, ich habe einfach... kurz das Deck gewechselt. Ich bin einfach kurz auf die andere Seite gegangen. Kann man relativ leicht machen, wenn man halt weiß, wo das Monster ist. Es gibt ja immer zwei Treppenhäuser. Und dann kann man einfach das andere nehmen. Sehr schön, Inventarplätze. Die nehme ich doch gerne. Dann muss ich mir da nicht immer so Gedanken machen. So, kurz nochmal gucken. Wo kommt er? Er ist halt noch ziemlich laut. Er kann jetzt halt wirklich von überall kommen. Von da... Kurz warten. Er kommt da. Wir hören auch einen Brut, der sehr, sehr... naja, aktiv unterwegs ist. Und da werde ich mal kurz die ganzen Monster hierhin locken. Ja. Gucken kurz. Leider keinen Fiend gesehen. Ein Fiend auf Treppen ist immer so ein Problem, weil man sieht sein Flickern leider nicht so gut. Beziehungsweise manchmal auch gar nicht. Das heißt, äh, im schlimmsten Fall ist er leider noch in den Cargo Poles. Ich hoffe einfach mal, dass er halt doch ein bisschen schneller unterwegs war. Aber wir kennen halt leider den Fiend. Fiend ist immer so ein bisschen, ähm, unpredictable. Das ist ein Blow Stick. Hier haben wir den Bolzenschneider. Okay, alles klar. Ja. Und hier haben wir die Pumpe. Alles klar. Sehr schön. Das heißt, wir haben zwei Items gefunden, die wir brauchen. Sehr schön. Es können aber natürlich noch die U-Boot-Lichter hier in den Cargo World spawnen. Das heißt, da müssen wir jetzt auch mal gucken. Vielleicht finden wir die hier ja ebenfalls. Da will ich jetzt nicht runter. Da habe ich aber auch kein Item gesehen. Das heißt, ich gehe einfach mal hier entlang. Ich gehe hier entlang. Ich springe hier immer so ein bisschen rüber. Ich glaube, hier waren wir schon. Eine gute Sache, die man sich auch merken kann. Wie man sich in den Cargo Holz ein bisschen besser orientieren kann und wissen kann, ob man schon da war oder nicht. Zack. Und jetzt weiß man, okay, hier war man schon. Das Problem ist, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich hier schon war oder nicht. Das heißt, wenn man wirklich gründlich die Cargo Holz absuchen möchte, dann macht man das so. Ansonsten, ähm, ja, muss man sich halt das halt ein bisschen merken. Ich habe jetzt nicht angefangen, die ganzen Sachen zu merken oder zu loggen oder mit den Glow Sticks anzufangen. Das heißt, ich werde damit jetzt auch nicht weiter anfangen, beziehungsweise weitermachen. Ähm, aber sollte ich jetzt noch irgendwie eine Sache dann missen, also zum Beispiel die U-Boot, äh, die, 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 wie heißen sie, die U-Boot-Lichter, ähm, dann würde ich das irgendwann anfangen und so machen. So, ich habe gerade nur kurz gehorcht, weil man hat, glaube ich, gerade den Brut gehört. Das Problem, was ich halt, glaube ich, gleich haben werde, ist, dass, ähm, mir die U-Boot-Lichter fehlen und die Lichter können auch auf Deck 6 spawnen. Und wie wir alle eventuell wissen, Deck 6 ist eins der schlimmsten Decks, weil es dort mehr oder weniger nur die zwei Treppen als Ausweichmöglichkeit gibt. So, oh, wir haben ein Fient hier. Wir haben ein Fient hier, das ist nicht so schön. Wir wissen nämlich leider nicht genau, wo. Und der Hunter ist warum auch immer immer noch draußen. Da haben wir ein Fient. Wo ist der denn genau? Der scheint, glaube ich, gerade die Treppen hoch oder runter gekommen zu sein. Das ist mir jetzt aber alles ein bisschen sehr riskant. Ähm, das heißt, ich werde jetzt erstmal den Helikopter so ein bisschen bereiten. Das heißt, wir schneiden hier die Dinger aus. Gucken mal ganz kurz, wo hier der Wagen ist. Da ist er. Dabei müssen wir natürlich immer ein bisschen aufpassen, weil vor allem auch hier die Gasdinger so ein bisschen sehr laut sind. Und wenn hier ein Monster kommt, kann es halt ziemlich schnell sein, dass man so ein bisschen gecornert wird, beziehungsweise so ein bisschen überrascht wird. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Dann schneiden wir hier die Kabel durch. So, generell könnt ihr euch aber eigentlich sicher sein, wenn ihr hier seid, habt ihr genug Zeit, um immer wegzurennen. Und wenn ein Monster von da kommt, wenn ein Monster von da kommt, kann man dann natürlich einfach in die andere Richtung rennen. So. Ich gehe natürlich eigentlich auch immer davon aus, dass man halt ein Monster hinter sich hat und nicht drei. Ähm, bei mehreren Monstern ist es sowieso immer ein bisschen schwieriger, das Ganze einfach zu koordinieren. Von daher, also... So, ich mache mal kurz nochmal das Radio an. Ich möchte nämlich die ganzen Monster eigentlich hier entlang locken. Damit ich dann gleich nochmal ein bisschen Zeit habe. Das Problem ist, der Fiend ist ja immer so ein bisschen der langsame. Ähm, ich habe ja oben noch ein Radio. Ja, da muss ich jetzt trotzdem ein bisschen aufpassen. Ja, ich gucke kurz durch. Da hinten ist es dunkel. Ich denke aber mal nicht, dass das Fiend ist. So, weil... Wir wissen ja, zwei Monster sind uns gefolgt. Eins aber nicht. Und das war Fiend. Und das ist das Schlimmste. Weil der läuft hin und wieder einfach mal so rum. So, wir gehen jetzt auf Ebene 6. Wir brauchen nur noch große... Ähm... Headlights. Das heißt, wir können so ein bisschen alles andere jetzt ignorieren. Wir wissen nämlich genau... Okay, wir brauchen eigentlich nur noch die Headlights. Hier ist er auch mal rausgekommen. Okay. Da haben wir die Headlights. Sehr schön. Und wir können Deck 6 schon wieder verlassen. Da haben wir auch einen Staircase. Das ist sehr schön. Und dann können wir jetzt alles breit machen. So, da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Normalerweise sagt man, das Life Raft, das Rettungsbogen, ist das Einfachste. Allerdings nicht, wenn man den Hunter hat. Weil der Hunter, der klettert hier sehr, sehr gerne mal hier über diese Relings. Oder da über die Reling. Oder da hinten über die Reling. Ähm... Wenn er das halt macht, muss man halt ein bisschen aufpassen. Man kann aber dann immer noch relativ schnell entkommen. Und man hört es auch eigentlich ganz gut, weil er schreit ja davor immer. Man muss aber natürlich trotzdem ein bisschen drauf achten. Und sollte es auf jeden Fall nicht leichtfertig machen, weil der Kran ist sehr laut. Auch bei den anderen Monstern. Die hören den Kran. Das heißt, wenn ihr den Kran betätigt hier. Der ist sehr laut. Und die Monster werden dann nach einer Weile kommen. Das heißt, da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Da kann ich euch aber auch nur den Tipp geben. So. Da kann ich euch auch nur wieder den Tipp geben. Zum Beispiel beim Hunter. Holt ihn irgendwo unten raus. Wenn ihr zum Beispiel gerade auf Deck 1 seid. Oder auf Deck 3. Oder was auch immer. Auf jeden Fall in den unteren Decks. Holt den Hunter raus. Und rennt dann ganz schnell nach oben. Ihr könnt auch hin und wieder den Hunter rausholen. Ohne, dass er euch bemerkt. Und dann macht ihr sozusagen das Rettungsboot. Dann habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Wenn der Hunter rauskommt. Einfach kurz auf die andere Seite des Schiffes rennen. Oder einfach mal kurz nach unten rennen. Warten, bis der Hunter wieder weggegangen ist. Und dann nochmal probieren. Dann habt ihr normalerweise ein bisschen Zeit. Aber das kommt natürlich auch immer darauf an. Da müsst ihr so ein bisschen. Das ist so ein bisschen so eine. Da müsst ihr halt selbst drauf achten. Also manchmal verschwindet der Hunter halt relativ schnell. Manchmal aber auch nicht. Da kann ich jetzt keine Zeit geben. Wie lange ihr da warten müsst. Einfach ein bisschen selbst drauf achten. Wann ist er denn weggegangen. Und wann nicht. Ich habe gerade gesehen. Uns fehlen noch die Schlüssel. Die Helikopter Keys. Aber die Helikopter Keys wissen wir ja, wo die sind. Falls ihr euch noch dran erinnert. Ganz am Anfang. Da können wir uns die Helikopter Keys holen. Das Problem ist natürlich. Ich habe dafür jetzt ein Radio verschwendet. War die alle? Ich glaube die hat schon ein bisschen geflickert. Genau. Hunter ist wieder drin. Das ist sehr schön. So jetzt bin ich mir sogar gerade selbst nicht ganz sicher. Ob das Deck 2 war oder Deck 1. Es war Deck 1. Genau. Problem bei Hunter und Radius. Er kommt ja immer direkt raus. So. Das heißt. Ich werde jetzt nochmal einen kleinen Trick sozusagen benutzen. Wo war das nochmal? Das war hier. Ja. So. Hier brauchen wir die Schlüssel. Erstmal die Headlights einsetzen. Dann werde ich hier direkt mal die Sicherung einsetzen. Damit ich das nicht vergesse. So. Damit hätten wir das. So. Jetzt machen wir einen Trick. Wir wollen ja nicht... Wir wollen eigentlich nicht, dass der Hunter direkt rauskommt. Okay. Ja. Hat ja nicht so gut funktioniert. Ähm. Wie mache ich das jetzt am besten? Jetzt wissen wir halt schon wieder nicht, wo die ganzen Monster rum ist. Das ist blöd. Ach Hunter. Du hast mir jetzt alles versaut. Ja. Ist er noch unterwegs? Ich denke mal. Ach man. Vor allem Hunter chase gerade sehr, sehr lange. Uiuiui. Er kommt sogar von der anderen Seite. Also. Ich glaube der hat gerade wieder den Bug, dass er irgendwie unendlich chased. Das ist jetzt irgendwie blöd. Leute. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ah. Jetzt muss ich auch noch gucken. Nicht, dass der Fiend jetzt hier irgendwo von oben kommt. Stressig. Einfach nur stressig. Meine Güte. Das ist halt immer das Problem, was man beim Hunter hat. Hunter ist einfach nur nervig. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Okay. Ähm. Ich glaube wir haben gerade wirklich wieder den Bug, dass Hunter unendlich lange chased. Okay. Einfach nur beschweren. Dann tut es jetzt wieder. Meine Güte. Ja. Ähm. Es kann aber wirklich passieren, dass man hin und wieder einen Bug hat, dass der Hunter einen unendlich chased. Wenn das passiert, einfach kurz verstecken. Dann kommt der Hunter, geht dann in seinen, ich sag mal, Hiding-Modus. Und dann geht das Ganze auch schon wieder. Ähm. Ja. Das war jetzt aber trotzdem irgendwie ein bisschen blöd. Ich wollte jetzt eigentlich die Keys holen. Aber wenn wir gerade da sind. Oh. Ein Radio breiteres. Das nehmen wir gerne mit. Und das Problem ist, so langsam wird der Hunter irgendwie so ein bisschen aufdringlich. Nervig. So. Ähm. Nochmal. Also. Bei Hunter würde ich sogar eigentlich eher vorschlagen, dass wir eine Eieruhr nehmen. Weil eine Eieruhr kann man sicher reinwerfen und kann sich dann verstecken. Kann dann darauf warten, dass der Hunter sozusagen das Ding kaputt macht. Und ist sich dann auf der sicheren Seite. Ähm. Das Ding ist, ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, wie man das auch mit einem Radio machen kann. Auf eine relativ sichere Art und Weise. Ähm. Wurde aber leider etwas unterbrochen. Das tut mir leid. So. Ich werde mal kurz den Hunter hier nochmal rausholen. Damit er uns gleich nicht nochmal einruscht. Ich wollte eigentlich auch, dass die anderen Monster mal hier in diese Richtung kommen. Genau. Da ist er gerade. Den sieht man immer so schlecht. Ach. Da rennt ein Blut. Da ist es super. So. Jetzt müssen wir nur wieder mit dem Fiend schauen. Ich habe den Fiend schon wieder nicht gesehen. Die Folge wird wieder relativ lang. Aber sie ist ja heute auch zu guten Zwecken. Für Tipps und Tricks. Genau. Ich renne doch gleich in den Fiend rein. Ich sehe das schon kommen. Immer ein bisschen aufpassen. Auf Treppen. So. Also. Ähm. Ich wollte es euch ja eigentlich zeigen. Ich glaube wir müssen das Ganze jetzt aber theoretisch machen. Also. Wie ich mir das geplant habe. Ich wäre auf Ebene 2 gegangen. Auf Deck 2. Hätte das Radio aktiviert. Hunter wäre irgendwo in der Nähe rausgekommen. Hoffentlich auf Deck 2. Das kommt natürlich immer drauf an. Ähm. Ich glaube ich kann das sogar doch nochmal machen. Moment. Eventuell sogar Deck 3. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Wer kommt raus? Hoffentlich nicht hier. Nein. Sehr schön. Okay. Ich gehe hier hin. Und werfe das Radio rein. So. Normalerweise versteckt man sich jetzt. Das Ding ist. Bei 3 Monstern versteckt man sich eher nicht. Weil das Problem ist. Wenn dann ein Monster kommt und dich patrouilliert. Dann geht das irgendwann. Dann kommt das zweite Monster und patrouilliert dich. Und dann hat man halt irgendwann so eine Schleife. Was dann alles so ein bisschen problematisch macht. So. Das möchte ich natürlich nicht. Von da werde ich mich jetzt nicht verstecken. Ich habe hier mehrere Möglichkeiten zu fliehen. Ich habe da hinten die Treppe. Ich habe da hinten die Tür. Ich habe hier den Gang und dann hinten die Treppen. Das heißt ich hoffe. Wenn jetzt irgendwo ein Monster kommt. Sehr schön. Sehr schön. Dass ich dann noch fliegen kann. Hier müssen wir natürlich wieder ein bisschen aufpassen. So. Die können natürlich alle wieder von allen Seiten kommen. Ich weiß nämlich gerade leider wieder nicht wo alle sind. Ich denke mal der Blut kam von oben. Der ist uns ja hinterher gesprintet. Aber der Fiend ist halt wieder das Problem. Der kann halt mal wieder überall sein. So. Ähm. Ich glaube. Ich würde das Ganze sogar noch mal mit dem Engine Room kombinieren. Denn im Engine Room. Da kann ich euch auch noch mal eine kurze Kleinigkeit zeigen. Wir haben ja am Anfang die Sicherung eingesetzt. Falls ihr euch erinnert. Die Sicherung setzt man immer hier im Control Room ein. Ja. So. Damit aktiviert man das Telefonsystem. Wir haben hier überall so Junctions. Hier haben wir zum Beispiel Junction 1. Das wird alles in dem. Ich sag mal. Krasseren. Beziehungsweise in dem Monstrum Guide Video. Beziehungsweise in den Monstrum Guide Videos. Ich weiß noch nicht genau wie viele das werden. Wird das auch noch mal erklärt werden. Wir haben hier überall Junctions. Hier das hier ist Junction 1. Junction 2. 3. Und 4. Also wir haben insgesamt 4 Junctions. Verteilt auf mehrere Ebenen. Beziehungsweise verteilt auf eigentlich 4 Ebenen. Das hier ist Ebene 3. Also mehr oder weniger Deck 3. Und hier haben wir Junction 1. Wenn man weiß welche Junction wohin führt. Dann kann man das so ein bisschen kontrollieren. Ich weiß zum Beispiel. Junction 2. Also die Nummer 2. Ist ganz ganz unten. So. Wir haben einen Brut. Das ist sehr schön. So. Wenn ich jetzt die 2 anrufe. Dann klingelt es ganz unten. Dann kann man ein bisschen gucken. Ob ich das vielleicht so ein bisschen zeigen kann. So. Und das Monster wird ganz nach unten gelockt. Ganz unten ist der Hauptsteam Valve. Also der Hauptsteam Ausmacher sozusagen. Gut zeigen kann ich den Blut jetzt nicht. So. Das Ding ist. Wir wollen aber nicht dass er ausmacht. Wir wollen eigentlich dass der Fiend auch noch kommt. Das heißt. Ich werde jetzt die ganze Zeit zwischen der 2 und der 4 wechseln. Ich bin mir gerade nicht sicher ob 4 1 unter mir ist oder 2 unter mir ist. Ähm. Aber auf jeden Fall. Wir wollen ja nicht dass er die 2 kaputt macht. Sondern wir wollen ihn die ganze Zeit hin und her locken. So. Dann rufen wir nochmal die 2 an. Da kam gerade ein Hunter raus. Jetzt warten wir eigentlich gerade nur noch auf den Fiend. Ja. Dann rufen wir mal die 3 an. So. Wir sind gerade lustig. Wir rufen die 3 an. Ähm. Wir gucken natürlich gerade. Wir sehen leider gerade den Fiend nicht. Das ist ein bisschen problematisch. Ah. Normalerweise sollte es dann irgendwann anfangen zu flickern. Ja. Rufen wir nochmal die 2 an. Weil die 2 ist ja unten. Ganz unten. Da hoffen wir jetzt einfach dass wir die Monster so ein bisschen auf der Stelle drehen lassen können. Dass sie halt die ganze Zeit. Da ist er gerade. Und warum auch immer der jetzt nach oben gekommen ist. Ich hoffe immer nicht dass er hier hoch kommt. Das wäre ein bisschen problematisch. Ja. Jetzt rufen wir nochmal die 4 an. Einfach weil wir gerade lustig sind. So. Wir wollen ja nämlich eigentlich nicht dass er die 2 zerstört. Weil wenn die diese Junctions erreichen. Oh. Sehr schön. Dann zerstören die die natürlich. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Jetzt rufen wir nochmal die 3 an. So. Man muss natürlich auch bedenken. Die Monster gehen sozusagen nicht direkt dahin. Die wechseln nicht direkt wenn man die 3 anruft. Und gehen direkt auf die 3. Sondern die brauchen halt eine Weile um sozusagen auf das neue Ziel zu switchen. Ja. Ja. Nochmal die 3. Eine von den Zahlen kann natürlich kaputt gehen. Die 3 oder die 4. Ja. Und dann hört den Blut wieder. Das heißt er kommt nach oben. Ich denke mal die 3 wird ganz oben sein. Ja. Nochmal die 2. Ich guck mal. Nicht dass er jetzt doch irgendwie hier hochkommt. Das wäre natürlich nicht so schön. Ja. Das hört sich aber so an als ob er wieder nach unten geht. Man hat gerade noch den Hunter gehört. So. Rufen wir nochmal die 4 an. So. Und jetzt sollten wir hoffentlich genug Zeit haben. Und hoffentlich zerstören die nicht die 2. Damit wir jetzt auf die andere Seite gehen können und uns den Schlüssel abholen können. So. Es war natürlich jetzt nur eine Spielerei. Also man muss eigentlich jetzt nicht so lange warten. Ich werde euch gleich noch einen kleinen Trick zeigen. Wie wir probieren werden die 100% voll zu machen. Aber ja. Ich wollte es einfach nur mal kurz sozusagen erwähnen. Wir gehen ganz nach unten hier. Wenn man hier nicht mehr weiter nach unten gehen kann. Dann weiß man okay man ist auf Deck 1. Falls ihr euch das gemerkt habt. Und dann geht es ab nach hier hinten. Und hier müsste jetzt eigentlich offen sein. Das war nämlich genau hier. Die Schlüssel. Sehr schön. Und ab zum Helikopter. Und dann geht es wieder ab in den Engine Room. So. Ich werde nochmal ganz kurz. Ne. Werte ich nicht. Werte ich nicht. Ich habe gerade überlegt ob ich jetzt nochmal kurz das Radio anmachen sollte. Aber das Problem ist. Dann wird wahrscheinlich nur der Hunter rauskommen und mich chasen. Und das möchte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Ich glaube ich werde das gleich anders machen. Ich muss natürlich ein bisschen auf den Fiend achten. Weil der Fiend ist halt leider immer so ein langsamer. Das heißt während die anderen Monster dann wahrscheinlich schon unterwegs sind. Wird halt der Fiend wahrscheinlich wieder Probleme haben. So. Ich gucke mal kurz. Der Hunter ist sogar immer noch nicht drinnen. Wow. Interessant. Okay. Ich glaube. Dann werde ich das Ganze sogar einfach mal. Ne. Ich weiß ja leider nicht wo der Blut ist. Das ist problematisch. Sonst renne ich dem nachher rein. Ich probiere es trotzdem. So. Mach mal kurz so. Nicht umsterben. Hoffentlich. So. Dann aktivieren wir hier. So. Und jetzt werden die Monster nämlich hierher teleportiert. Das Problem ist. Ich werde hier nicht verteidigen können. Hundertprozentig. Weil Hunter wird kommen. Und die beiden Monster werden kommen. So. Genau. Ich weiß gar nicht ob ich dann das U-Boot überhaupt hinbekommen werde. Wahrscheinlich sogar nicht. Wir haben gerade zum Glück. Das U-Booten. Das U-Booten. Die anderen beiden Monster gehen woanders hin. Ne. Der Hunter nicht. Helikopter ist fuelled. Die Sub leider nicht. Okay. Ja. Das ist natürlich immer das Problem. Wenn man halt drei Monster hat. Ähm. Und der Hunter hat gerade nicht so reagiert wie er sollte. Der Hunter sollte mich eigentlich verfolgen. Aber der dachte sich so. Nö. Hat der jetzt gar keine Lust gehabt. Ähm. Naja. Okay. Schade. Normalerweise. Ich glaube aber man kann das verteidigen. Ich glaube man muss sich da wirklich komplett auf den Hunter konzentrieren. Während die anderen Monster dann halt versuchen zum Helikopter zu gehen. Ähm. Habe ich jetzt natürlich schlecht gelöst. Ist mein Fehler. Dann haben wir halt nur 66%. Aber das ist einfach in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. So. Ähm. Ich werde jetzt nochmal zum Helikopter gehen. Versuchen mit dem Helikopter zu fliehen. Wenn da jetzt nicht beide Monster auf mich warten. Dann war ja was. Ja. Ich kann fliegen. Ja. Ich kann fliegen. 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 So. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Alles klar. Dann würde ich sogar sagen. Wäre es das mit dieser Folge gewesen? Ich hoffe mal. Ihr konntet vielleicht den einen oder anderen Tipp und Trick mitnehmen. Falls ihr weitere Fragen oder sowas habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich hätte sogar. Ich weiß nicht. An die Leute, die jetzt sowieso halt noch da sind. Das werden wahrscheinlich sowieso nicht mehr so viele sein. Ähm. Ich hatte mal überlegt. Man könnte es vielleicht so machen, dass ihr auch Monstrum Runs oder sowas einsenden könnt. Die ihr gemacht habt. Und dass ich die sozusagen so ein bisschen überkommentiere und sage, was ich an der Stelle zum Beispiel gemacht hätte. Oder wie man das hätte lösen können. Oder wenn ihr es zum Beispiel nicht geschafft habt. Naja. Wie man das Ganze halt, ich sag mal, angehen hätte können. Und ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ob ihr sowas auch cool finden würdet. Oder ob ihr generell halt eher so Tipps und Tricks so in Live-Runden, Live-Runden, Live-Runden haben wollt. Ähm. Dann würde ich das auch hin und wieder mal so machen. Ja. Das war es mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ihr könnt gerne eine Bewertung da lassen und einen Kommentar. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Monstrum-Folge. Tschüss. Einmal bei Voicecrack des Todes, ey. Tschüss.